Herzlich Willkommen zurück zu seinen ArbeiterInfalfantakenLive, mit dabei 85, ich bin da und in der letzten Aufnahme habe ich ein Buch, habe ich mal so eine Welt generieren lassen, Blätter und jetzt muss ich das Ding einfach hier reinlegen, oder? Genau, jetzt nimmst du oben das Description Book raus, das Notebook, warte kurz, das Notebook wieder zurück tun, auf seinen Platz, und was ist jetzt passiert? Nichts. Irgendwas ist schon wieder passiert, ähm, wuff, hast du gerade eine neue Welt erforscht oder so? Ah, ich fliege hier gerade ein bisschen herum, aber neu ist es nicht. Ja, ich glaube, das liegt mir auf dem Magen, ja. Ah, jetzt, jetzt hat es wieder aufgehört, gut. Ja, aber jetzt komme ich gerade wieder aufs Druck. Äh, ich ziehe mal das Buch raus. Nein. War die Welt in Ordnung? Nein. Oh, shit. Oh, shit. Schon wieder grün? Es gibt grün. Thinking Book? Was? Thinking Book? Habe ich dabei. Boah, was hast du denn hier gebaut? Hunger 2. Keine Welt. Also, was hast du da reingetan, Yoshi? Alles. Wo ist die Welt? Ist keine Welt. Ja, Yoshi, ich würde es hier gerne wieder abholen. Ist keine Welt da. Hast du überhaupt irgendwas? Irgendwie Biom reingefügt oder so? Ups. Ah. Ja, das passiert, wenn man dumm ist. Genauso habe ich ja auch daran gestanden, als ich da hier eine neue Welt kreieren sollte. Musste man Biom einfügen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. So, wo bist du da? Ach, tschu. Ja. Ist gut. Jetzt kannst du Zuckerrohr gleich in hier umwandeln. Ja. Ja, aber nicht so viel. Aber dann darf Wurf noch mal eine Welt machen. Wie? Ah, gut. Also, Eisenohr-Kleaf-Modification sollte drin sein und dann ist es egal. Und dann, wenn es geht, dann so eine Welt aufbauen, dass wir dann eine Query aufstellen können mit den Eisen. Also, sollte es eine flache Welt sein, also Dschungel-Biom, Beach-Biom mit Wüste, vielleicht auch noch Tiger, Tundra hätte ich fast gesagt. Was? Eine Tundra? Ja, das ist Tiger. Tiger ist Tundra. Ja. Tiger ist Tundra, ein anderes Wort. Selbstbedeutung. Hätte ich jetzt gesagt. Wacht die Zuschauer. Haha. Es gibt keinen Unterschied zwischen Tiger und Tundra. Ja. Ist es eine kalt oder ist es eine warm? Kein bleiben. Ach, die Sterne gehen auch. Warum kraftet der mir keinen Filzer? Verstehe ich. Das ist ein Filzer. Hä? Das ist ein Filzer. Ach. Wie ist denn diese stinke Erde da, wo du brauchst mit deiner Maschine? Ah, du meinst diese Knochen aufs Wort. Genau. Zwei Knochen? Nee, zwei. Ja, aber das macht er nicht automatisch. Das verstehe ich nicht, warum er das nicht automatisch macht. Na, du? Nein. Inwiegendwie finde ich das Eisen nicht mehr. Eisen ist ganz unten. Übrigens, wenn wir das in Pulverisierer tun, dann bekommen wir sechs Knochen mehr raus. Mhm. Da. Wo? Hier drüben. Ah, danke schön. Wir werden mal kurz mal pennen gehen. Vielleicht hört doch mal der Regen auf. Was ist denn Regen? Brauchst es regnet? Echt? Ja. Habe ich nicht das Gefühl. Rundbefahren. Und? Fünf Minuten warten. Ah, jetzt regnet es. Meinst du, stehst du auf eine lange Leitung? Aber hier drüben nicht. Ne, jetzt hat es aufgehört zum Regnen. Echt? Nur weil ich auf die andere Seite des Hauses gegangen bin, sollte man auf die andere Seite des Hauses kommen. Wir brauchen Tintis. Wir brauchen Tinten. Wir brauchen wieder Farbstoff. Ink. Ja, wir brauchen zwei Tintensäcke und eine Glasflasche, gefüllt mit Wasser. Als Tintensack. Du besorgst die Tintensäcke, ich besorg die Glasflaschen. Ist noch was in Glasflaschen? Ich hab noch, ich hab noch Glasflaschen. Das Einzige, was uns fehlt, sind halt die Tintensäcke. Ja, ein Tintensack ist noch in der Me. Ja, wir brauchen aber zwei. Zwei. Was? Wisst du? Wir brauchen immer zwei zum Herstenten ein. Da! Da, Tintensäcke. Tinties! Okay. Fluch mit der Maschine hier. Ähm. Er muss explodiert hier. Das Blitz, das Donner, das ist Stone Girl. Die Welt ist super. Mal runterfliegen? Ja, da, da. Aber es sind genau drei Stück Copper. Die Welt hat sich gelohnt. Mehr nicht? Äh. Hey, mir findest du meine Power Armor nicht unter Wasser. Nee, unter Wasser kannst du sogar vergessen. Hierzu überall. Okay. Okay, ähm. Träge Welt. Scheiße. Ich werde ersaufen. Das sehe ich jetzt schon. Kann das Buch wieder nicht benutzen. Ich verstehe das nicht. Das Buch, da kannst du aber nicht benutzen. Ich werde jetzt gleich ertrinken. Du ertrinkst nicht mehr, der Power Armor. Ich stehe jetzt 20 Zentimeter vor der Luft. Und nur unter Wasser musste ich das eben machen. Oder war zu viel? Was ist denn? Ja, woher kommen wir mal heim? Hat er kein Linkinbook da mitgenommen? Ich habe ein Linkinbook dabei, und ich kann es nicht verwenden. Ich kann es nicht verwenden. Ähm, warte mal. Rechte Maustaste drauf. Ja, und dann auf die schwarze Fläche drauf. Geht nicht. Ja. Seht da Overworld. Sieht gar nichts. Ja, das ist der Fehler. Da müsste der Overworld draufstehen. Ja, hier. Guck. Hast du es rein? Da, nimm das. Nimm das. Da muss Overworld drinstehen. Du musst das hier craften. Nicht dort craften. Ah, okay. Zu wissen. Dieses Linkinbook sagt, wenn du es dort craftest, wo du es herstellst, landest du auch. Ja. Hat jetzt gerade auch irgendwie einen Sinn ergeben. Sorry. Ja, du bist nämlich immer dort gelandet, wo du es gecraftet hast. Also dort. Also ich habe jetzt 8 in Tinti-Felser. Ich habe 10. Alles klar. Gut, dann kann ich das jetzt hier schnell. Kommst du runter? Ja, warte kurz. Ich kresse das mal. Oh, schmeiß mir zu. Glasfaschen sind respektbar, aber die... Ach, die restlichen sind direkt überhalten worden. Also das heißt, die Welt ist scheiße, oder was? Ja. Ich habe sowas von. Extrem. Nur ich finde dir dann weniger Glück. Wie gesagt, ich habe bis jetzt immer so ein bisschen mehr gehört als ihr bei den Welten. Ja, also, wieder dann Heide. Machen wir eine gute Welt. Okay. Aber das geht heute noch. Ja, mache ich. Heute noch. Habt ihr dir vorhin Boutless Guy? Nein. Ich mixe mir jetzt mal was zusammen. Ich hoffe es, dass du was Gutes mischen tust. Hm. Ah. Hm. Ah. Hm. 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 Papier. Mir ist Papier ausgegangen. So. Hat er rausgenommen. Ich brauche Papier. Papier. Wir sind jetzt schon wieder durch. Gut. Liebe Leute, ich mache hier nachher weiter. Okay, Leute, das war's wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hey. Hey.